Musik Haben Sie eine Festanstellung beim RUT? Ja, habe ich auch. Mit dem August und Zeit. Wie viel verdienen Sie? Wir achten Sie? Hallo! Du sprichst Schweizerdeutsch? Das ist ja super. Aber erst nach dem dritten Mal... Ich würde kein Deutsch verstehen. Ich kann mir die Waffe wegschiessen. Okay. Kuh. Alter 4. Geh weg. Innocent. Innocent. Wie du sagst du so böse? Du bist ein Traitor. Siehst du mich noch? Hey Kussi schiess auf mich. Verschiesst alle in Kussi. Wieso schiess ich immer noch? Ich bin mir gezogen. Hast du mich gar nicht gereicht? Wir sind noch eine krasse Map, Mann. Oh ja, chill, Mann. Verschieche mich mal ab. Hast du mich gereicht? Ah, du Wichser. Hallo, wer schiisst das da aufeinander? Äh, der Jäger hat auf mich geschossen. Aber er kann man sie killen. Ah, okay. Ich glaube, ich habe gerade mal alles, was dort... Ich bin bald... Oh, die Scheisse. Robi. Bei unserer... Wir haben noch zwei führige Freundschaften. Ich bin innocent. Ha. Innocent. Okay. Du bist Traitor. Du bist Traitor. Du bist Traitor. Der Hediger. Ja. Ich habe auch Sniper gehabt. Wer ist der Traitor? Der Hediger? Ja. Ah. Du wirst wissen, was ich... Ich habe... Bleib kurz so... Bam. Hey, sag mal, wie gross die Stimme wäre. Ich wollte es nicht sagen. Bist du auch hier? Ich nicht. Nein, ich habe einen nach dir umgebracht. Der Goldi, weil er verletzt war. Wieso bringst du mich überhaupt hier? Ich weiss es nicht. Ich habe jetzt einfach Lust gehabt. Ich mache es jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt neben dir. Also, also, sagen wir bitte. Ich sehe da jemanden. Oh, ich sehe da jemanden. Goldi, hallo. Hey, hey. Du schiehst du auf mir schon mal losgegangen? Nein. Ich bin gleich auf der anderen Seite. Statt mal neben den Dings da. Ähm, nochmal rechts. Ja, bitte. Ich schieße mich. Ich bin genau hinter dir. Kommen wir da neben den Dings. Kennst du mich? Ah ja. Ah ja, super. Wie komme ich zu dir lieber? Oh mein Gott! Ich bringe mich selber um. Ah! 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 Das ist gar nicht explodiert. Robi, ich vertraue dir. Es ist... Wo? Wer schiesst? Weggeschossen! Wer ist dort? Ah! Ah! Deine Flammending! Weggeschossen! Hallo? Robi? Ok, Kussi straighter. Kussi! Ah! 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 Was ist jetzt passiert in Jacks Fall? Gold jedes! Gold jedes ist einfach gut. Ah! 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 Wer ist das? Hediger. Was? Wo? Innocent. Es hat schon jemand geschossen. Goldi ist etwas tot. Was ist passiert? Hediger ist tot. Hediger? Robi? Goldi, du bist ein Traitor. Nein, ich habe nichts gemacht. Du spiessest Goldi. Alter, was? Schiess mich einen ab. Diego. Ich habe wirklich geschossen. Aber ich bin nicht Schweizer. Diego, hör auf Schiessen. Ja, aber du hast den Robi umgebracht. Wieso sollte ich den Robi umgebracht haben? Ich weiss doch nicht. Der war der Goldi. Komm hier nicht rauf. Ich gehe doch fast runter. Du schiessest auch auf mich. Du hast mich fast umgebracht. Ja, geil. Wo ist der Goldi? Es ist 100%ig der Goldi. Ich habe Angst. Ich kaufe irgendwie. Oh, da ist jemand tot. Es war 100%ig der Goldi. Nein! Nein! Du Wixx. Ich bin runtergegangen. Oh, du bist runtergegangen. Scheisse. Entschuldigung. Ich bin leider runtergegangen. Ja gut. Wieso bist du nicht verreckt? Ich habe dir auf den Kopf geschossen. Du bist einfach nicht gestorben. Okay, dann habe ich noch einen Tickschädel. Ich habe einen Fickschädel. Einen Fickschädel? Oh, yeah. Oh, man. Ich bin fast schon einmal runtergegangen. Aber das ist der erste Traitor. Nein. 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 Ich habe vor allem fast Gono und Gold nicht gesehen. Ich habe Gono und du nicht gesehen. Das ist wie noch ich gesehen. Wo hat es einen Sniper? Wir bekommen einen Sniper. Ah, hier. Was habe ich... Nein, ich habe schon eine Waffe. Hä, verpiss dich. Du mich da hinten hineinklemmst und schiesse dich. Ah, ich kann doch gleich. Das wäre ein Zwitsch, ich sehe. Ich vertraue dir das, Mann. Okay, ich dir auch. Nein, du bist eh Traitor. Stimmt, ich bin immer Traitor, Mann. Inno. Ich auch. Ich bin Inno Traitor. Inno Traitor. Ja, Traitor. Hey, ich weiss nie... Ist das jetzt der neue... Neue... Was hast du denn? Ich habe geschossen. Robi, hör aufschiessen. Äh, hör aufschiessen. Äh, hör aufschiessen. Was soll man aufschiessen? Was soll man aufschiessen? Das ist verdächtig. Oh fuck. Da fassen wir sie dort. Hey, komm mir nicht gegen. Weißt du, jetzt kommt mir wieder ein Shotgun her. Geh weg. Ja, ist gut, ich kann weg. Drei, Jun. Färme, komm. Ich kann weg. Ich habe keinen Kontakt. Oh. Ist das da hinten nicht. Hass andere Menschen. Wäre ja der Rauchgranate gesetzt. Der ist Traitor. Was ist das da? Goldi, Goldi. Er hat so einen sehr geilen Raum. Was ist bei mir? Ach nein, nicht schiessen, nicht schiessen. Der Goldi, der schiesst. Wo ist der Goldi? Nein, ich habe Angst vor dem Goldi. Ich schiessen überhaupt nicht. Nein, der Goldi schiessen nicht. Nein, der Goldi schiessen nicht. Aber er verfolgt mich. Das bin ich, das bin ich. Was? Sie verfolgen mich jetzt alle. Weiss er nicht, du so verdächtig. Schau. Da oben auch gleich vom Dings. Alter. Komm mir holen den. Ist nicht der Goldi. Ich schiessen. Also. Also. Es ist eine Goldi. Nein. Hör auf. Er ist eine Goldi beschossen. Ich habe die ganze Zeit Angst. Ich gehe runter. Wo ist er? Wären sie zwei beschossen? Ist der Goldi tot? Ich glaube, alles ist der Jäger, wenn ich ehrlich bin. Wieso ich immer? Hä? Weil du fett bist. Das ist keine Ausrede. Hey, verpiss dich. Ich will mich snipen. Ey, ich habe gar nichts gemacht. Hau ab. Fuck you. Ja, schiessen. Kussi, du Arsch. Ich hätte dich vorher zu schiessen. Du bist in den Boden gestanden. Du hast so toll gelacht. Okay. Ich habe... Einmal geschlossen. Ich habe nichts gemacht. Vor allem... Die Kussi muss einfach immer schiessen. Das ist gar nicht lustig mit ihm, ey. Ich bin im Schützenverein. Ja, das ist kein Grund. Doch. Das ist ein Sintenis. Ich schiessen nie mehr, auch wenn ich Trader bin. Eigentlich finde ich es gut. Also gut. Du bist Sintenis. Ich bin bisher der harmlose Trader gewesen. Ich habe noch nie jemanden umgebrochen. Ich habe... Oh Scheisse. Ich habe ein schiessenes Karma. Eben gesehen. Gold? Du bist ja auch scheiss Karma. Du bist näher an mir. Robi, wir sind harmlos. Weg Fassaktion. Gold, ich bin dann gerade unter dir. Gut, Robi. Achso, jetzt bin ich wieder unter dir. Roberto ist schweiz. Definitiv. Ich hätte dich gut. Hä? Das ist Preparing. Wow. Kill dich nicht mehr während dem Preparing. Hallo? Das geht doch gar nicht. Ah, gar gar nicht. Steht doch gar nicht. Ah, ich noch. Alter, hör auf. Okay. Du bist aber jetzt lieb. Alter, ja, ich bin lieb. Okay. Ich habe das Gefühl, du bist trotzdem der Traitor. Soll ich gleich umlegen? Nein. Wow. Ich finde das nicht fair. Ah, du Edel. Du hast mich vorhin einfach umgelegt. Hallo. Du hast es verdient. Du hast schon lange zurückgeschossen, wenn du nicht sicher wärst, dass du ein Traitor wärst. Wer hat geschossen? Gold, hast du geschossen? Ich bin schon unprozentig ein Traitor. Ich bin fast kaputt. Ich bin nicht ein Traitor. Bist du sicher? Jetzt kannst du mir vertrauen. Ich habe gesagt, ich bleibe lieb. Ich bin nicht ein Traitor. Nein, trotzdem. Du bist plötzlich viel zu lieb. Du bist viel zu lieb. Du wichser. Du wichser. Entschuldigung. Ah, Mann. Mit dir ist es. B-Light. Jungs. Jungs. Sonst hätte ich schon lange zurückgeschossen. Nein, ich bin nicht glücklich. Jetzt habe ich mir einen Shotgun geholt. Wenn sie nicht kommt, hätte ich abgemolkt. Äh. Jungs. Ja, Gold. Ich gebe mir eine kleine Besatzregel. Es wird niemand verschossen ohne Trift. Bei Grund. Ich hatte keinen Grund, er hat mich vorher verschossen. Das zählt nicht als Grund. Oh, ehrlich. Die Runden werden als Einzels angelübt. Nein. Wie kann man angekappt? Äh, Crowbar. Oh, man kann Feister kaputt machen. Feister? Feister? Ja, wie sagt ihr? Gott verdammt. Fenster. Fenster. Sorry. Windows. Windows. Das ist Verdächtig da oben. Wer ist das? Ah, mit der Cliffhanger. Ist ja klar. Ich bin der Trader-Tester. Also, machen wir einen Trader-Tester. Ja, ich mache das. Kommen wir mal bei diesem Räubli hinten. Magnetos Dick. Wisst ihr alle, wo dieser Raum ist? Das ist cool. Das ist der Trader-Tester. Mega mässiger Raum. Wie kommt man da hoch? Äh, Shift, Control. 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 Du musst draufbleiben. Ah. Ah. Und die anderen? Kommen wir zum Räumli. Wer ist da dahin? Hediger? Komm zum Räumli. Räumli? Sicher ist sie dort. Ja, nicht, wo wir sind. Goldi. Verschiessen. Verschiessen. Goldi. Nein, hört doch auf! Was hast du jetzt verschossen? Goldi ist tot. Du bist straight. Hast du ihn verschossen? Nein. Also gehen wir auf den Robi. Also gehen wir auf den Robi. Was? 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 Ich verschwört euch da zu zweit gegen mich. Der Goldi ist tot. Der Goldi ist tot. Wir waren von Anfang an zusammen, Djegg und ich. Aber Robi hat jetzt erst selber sahen. Oder der Goldi seite einfach nicht. Nein. Oder der Goldi seite einfach nicht. Nein. Jaaa! Scheisse. Ich wusste gar nicht, dass ich Gold überhaupt getroffen habe, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Ciao! Ich komme auch. Ja! Hallo! Das Gold liegt auch hier.